Aha. Aha. Darunter dürfte ziemlich tödlich sein. Aber ich habe da unten, wenn ihr es nicht gesehen habt, spule mir ein paar Sekunden zurück, ein Reh gesehen zum einen, aber zum anderen auch einen Durchgang. Warum ich hier gespeichert habe, dürfte inzwischen auch ersichtlich sein. Da hinten ist nichts. Das finde ich auch mal so cool, wenn es direkt ins nächste Level schlittert. Ja. Ja. Der hatte jetzt aber wirklich nichts. Der hat hier ein blutiges Gemetzel einfach nur angerichtet. Ihr elenden Dreckschweine, die armen Mönche sind kaum noch überlebende, habe ich so das Gefühl. Genau, wir schieben die Kiste einfach mal auf den Mönch. Damit wirklich keine Überlebenden mehr da sind. Das erinnert mich irgendwie an Harveys neue Augen. Das hier ist auch wieder ein Schieberätsel mit der Besonderheit. Ja, man muss es nicht machen, aber wir wollen gerne die Items. Drum schieben wir nochmal nach vorne. Ne, 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 ne. Das war falsch. Zurück. Wir müssen das jetzt einmal wieder in unsere Richtung ziehen und dann nach links schieben. Dann können wir die Kiste nämlich weg. Oder auch nicht, dann habe ich mich wohl irgendwie getäuscht. Die kann man natürlich auch nicht ziehen. Ja, ich habe keine Ahnung, aber auch keine Lust, irgendwie das Zeug aufzugeben. Weil ich nämlich zufällig, also rein zufällig weiß, dass da Zeug drunter ist. Wenn ich jetzt einfach mal versuche die Kiste nachzuziehen. Das ist jetzt ein kleines Rätsel, es dauert halt einen Moment. Ah, okay. Jetzt kann man die vielleicht noch. Kann man, kann man nicht. Ne, die kann man nicht bewegen. Ah, jetzt habe ich die, die war vorher nicht da die Ammunition. Keine Ahnung, die kann man nicht schieben. Da hinten hin kann man keine Kiste machen. Ich weiß nicht, also ich hätte jetzt eigentlich schon ganz gern das Zeug, was da drunter ist. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wegen den Trommeln geht das wohl nicht. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht und es gibt gar nichts mehr. Kamera, Kamera. Und tschüss. Aha, aha. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen spielen. Wir machen mal ein Speichern. Ich hoffe, ich möchte vier strafen sprechen. Ja, wir schauen euch wissen. Ich glaube, sie tun einfach weg. Also ver2, 3,0 los. Ich bin mal wieder auf STRG ESC gekommen, was dazu geführt haben dürfte, dass man mal wieder zum Desktop hinkommt. Jetzt drücke ich es nochmal absichtlich und gucke mal, wir sind bei... Ich muss nämlich mal gucken, dass ich das dann da rausschneide, nicht vergesse. So, habt ihr uns wenigstens was mitgebracht?